ja endlich geht es weiter mit mit speed ja natürlich mit spongebob ich habe nachgedacht welches projekt ist vielleicht verziehen für speed aber das ist jetzt noch zukunftsmusik und wie gesagt herzlich willkommen zurück zu let's play spongebob battle für bikini bottom hier wie auch immer schön dass wir am start sein in der letzten folge haben aromopatrick besiegt und jetzt schauen wir mal was dem abfalleimer so abgeht so positiv auf den kleinen finger ob es nicht das kann so falsch klingen aber das ist ja für kinder ja das klingt auch nicht viel besser spongebob vielleicht später und jetzt pass auf spongebob diese blase ist auch ein neues wir kriegen neuerdings eine neue kraft wie kein anderer wenn du dich nicht bewegst kannst du diese taste drücken und eine blase machen die sich durch die luft steuern lässt du musst aber sorgfältig zielen und hast nur ein paar sekunden flugzeit bevor die blase platzt ich bin eine seifenblasen maschine so kommen wir mal gerade einsatzleitung es kann losgehen okay ich sehe gerade tatsächlich wir haben nicht mehr das ist nicht das letzte level wir haben tatsächlich ähm noch zwei einmal 50 und einmal 60 davon ist er links ja warte mal das ist doch nicht so ganz hoch ja es ist nicht ganz einfach also so wie sie sich gerade ein bisschen fehler und war und damit müsste jetzt eigentlich wüsste damit ist ja hier wir holen uns einen weiteren goldenen fernwender an luke in dem button das ist ja irgendwie fix dann ich will mal kurz durch die boxe kriegen die krieg war ich bin sechs ich fühle mich wie ein neuer schwank das ist ja das ist noch eine buchse sehr gut wie eine frühlingsbrise immer die moment wir sind jetzt bei fast 30.000 okay okay also gucken wir mal was hier also abgeht in dem apferleimer war das alles soweit ich glaube das ist wieder so ein nächstes level hier wird essen serviert oh ja aber keine liebe 75 brauchen wir dafür eilmeldung die behörden haben bestätigt dass die roboter die in bikini bottom amok laufen tatsächlich aus dem abfalleimer kommen ja genau da wo du stehst plankton inhaber des abfalleimers und insbesondere bekannt für den bau von robotern deren einziger zweck es ist chaos und zerstörung zu bewirken hat jegliche verstrickungen dem end und dann werde ich auf euren kindern herumtrampeln und dann auf den kindern eurer kinder das waren die eilmeldungen aus bikini bottom also erst mal kriege ich doch weg aber wir kommen ja egal noch nicht so weit das weiß ich nicht wahnsinnig zu sein oder oben ist was aber gerade ein kann ich da da komme ich aber nicht an oder ich glaube da komme ich nicht an oder doch komme ich 43 nicht leichter als das gerade das haben wir auch kann man ja da hat sich verzeiht auch der weg gelassen soll so ja auch nicht ganz also das ding ist nicht ganz einfach zu steuern das macht zwar so einen sinn aber das ding ist ganz cool gemacht eigentlich das ist nicht einfach zu steuern das ganze die ganze geschichte also hier kommen wir nicht weiter gerade ok dann haben wir das mal weg aber das haben wir das labor vielleicht hätten wir die dinge mal ein bisschen dann hätten wir uns vielleicht mal die gebäude untersuchen können das hat also gerade so mal ein das war das noch ein ich hoffe ich habe mir doch ich sollte natürlich noch mal kurz die gebäude untersuchen die in den einzelnen sind das war keine ok ich mache nur eine maschine muss eine maschine sein wie komme ich da weiter nein schnützer jetzt so die maschine damit nicht eigentlich da oben ist nur ding wie eine frühlingsbrinze da oben ist die jetzt haben wir gefunden ok verstehe das war die maschine kümmern soll ich machen wie eine ich glaube ich habe damit habe ich die maschine weg das ding mit einer schönen nicht eigentlich arbeiten ich fühle mich wie ein neuer was jetzt mit einer schönen rakete ok ok auch mann wenn ich ständig in der ecke landen muss ich nicht eigentlich arbeiten so knapp hier wie eine frühlingsbrise der halte das flute von man verpiss dich mit deinem Scheiß Ding, ey. Okay. Ich versuch jetzt bitte was da bis hin zu machen. Der ist schon mal geschichteter Typ. So, wo sind wir jetzt der letzte? Da unten. So, haben wir es jetzt irgendwie geklärt oder warum müssen wir da jetzt nochmal ran? So, jetzt hab ich zumindest noch ein bisschen Ruhe. So, dann gehört uns. So, die Frage ist, kann ich da jetzt kurz die Dinger mit einsammeln, die Blümchen einsammeln? Kann ich hier weiter? Also, geht es hier weiter überhaupt? Oder ist das jetzt bei der weniger nur dieses kleine Ding hier gewesen? So, eigentlich haben wir... Ja, so viel zum Thema, ne? Wir könnten das mal eben so weiterzählen. Ich bin begeistert, das ist das Witze Level. Nein, ist es nicht. Es ist nicht das Witze Level. Aber wir haben die Aufgabe, oder? So, dann machen wir das auch. Ich hab echt bisher noch nicht in diese Gebäude geguckt, überall noch nicht. So, den hab ich. Den hab ich. Boots. Bootsfahrschule, oder was? Dann gehen wir mal kurz noch schnell in die Bootsfahrschule. Das geht nicht. Keine Sorge, jetzt von Schwarzbaum machen wir noch. Nächste Folge wahrscheinlich. So, ich will ganz kurz eben mal... Was willst du hier von mir? Ein Moment lang. Ja, und weil wir das jetzt quasi gemacht haben, bekommt... Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannwender tauschen? Äh, nein. Also gut, komm. Also, wir haben jetzt 44. Wieviel brauchen wir? 50 oder was sind das? 60. 60, 50. Alles klar. Das heißt, wir gucken jetzt noch mal weiter in den Gebäuden nach. Ich zähle das mal gerade mal nach, dass ich jetzt gerade noch mal kurz mal Sachen abklappe hier. Polizei wachen wir noch nicht. Ich glaub, da war immer noch ein Altersheim. Bikini Bottom gesucht. Ähm. Okay, es fehlen uns noch Hubschrauber. Der hier... Klang drin? Okay, es fehlen noch... Okay, es fehlen sogar noch ein paar Sachen. Okay, ich dachte jetzt in der Polizeiwache gibt es jetzt auch noch mal irgendwie was zu finden. Außer Blümchen. Aber... Warte mal. Warte mal. Okay, die Roboter haben wir nur noch ein paar. Kann ich mit dem kurz quatschen hier mit dem gleich mit dem Kollegen? Warte mal. Die drei Grenzen an der Berge mit 31.600... Die kann ich nicht. Das ist viel zum Thema, wie gesagt. Eigentlich hatte ich alles anders geplant. Ich hab doch wie gesagt geplant, dass ich heute das Ding durchziehe und dann quasi fließt und dann noch was Neues anfangen an. Allein? Dementsprechend ist es nicht so. Aber wir müssen... Halt, schau. Wir müssen jetzt doch mal ein bisschen hier gleich vorbei. Wir gucken jetzt hier schnell noch durch. Wow! Mehr Jungfrommann und Blaubauschbube! Meine Helden! Schießt mich mit einem Wasserball ab! Schießt mich ab! Schießt mich ab! Schießt mich ab! So was machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Hm. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwamm, Junge. Au! Bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Mehr Jungfrommann, es wäre mir die größte Ehre euren Fernseher zu reparieren. Die nächste Aufgabe wahrscheinlich. Hey Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh Junge, und wie? Also dann aber, bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen, mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher, dass du das hinbekommst? Bestimmt. Absolut, Blaubarschbube. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen uns... Ist schon Puddingabend? So. Okay, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich... Ich wollte heute noch ein bisschen Gebäude abklappern. Okay. Ähm. Oh, wie vorgehend! Gut. Dann mache ich das ein andermal. Ich nehme mal mit, alles. So, und jetzt muss ich kurz zum Sofa, hat er gesagt. Das Sofa hier? Hä? Wie bleibst du jetzt? Achso, jetzt können wir das. Äh, ne. Okay. Ich mach das nächste Umfolge. Ich geh kurz raus. Ich werd mal kurz noch die anderen Gebäude durchsehen. Checken, ob wir noch was vergessen haben. Weil nicht, dass wir noch am Ende ein paar Dings vergessen haben. Ein paar, äh, goldene Pfannenbänder. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt's insgesamt? 80? Ich würde mal bei Sandy kurz vorbei reinschauen. Das sind Dinge, die ich mir gar nicht dran gedacht habe. Aber wie soll ich denn die Pfannenbänder jetzt... Sandy! Deine Baumkuppel hat ein Leck! Diese Roboter haben einen Sprung ins Glas gemacht, Spongebob. Mein Baumhaus ist bis zum Dach voller Roboter. Und du bist schuld. Also geh da rein und sorge für Ordnung. Okay. Erledigt. Jetzt mal kurz hier den links zu. Ich check doch gerade mal ganz kurz die... So. Ich fühle mich wie ein neuer Schnapp. 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 So. Ich fühle mich wie ein neuer Schnapp. So. Wir haben drei Minuten Zeit. Aber haben alle jetzt zumindest mal die... Den Nachschub kaputt gemacht. Also gut. Schon viel besser. Ich schätze den hier brauchst du mehr als ich. Jo. Passt. Ein weiterer goldener Pfannenbänder am Start. Ja. Eine Moppen. Cool. Auch das hat sich wieder jetzt hier load. Ja gut. Ich fühle mich wie ein neuer Schnapp. Ich fühle mich wie ein neuer Schnapp. Ich fühle mich wie ein neuer Schnapp. Boah. Das habe ich alle vergessen. Ey. So. Jetzt gehen wir kurz da rüber. Ich glaube ansonsten haben wir sie alle. Oder? Gute Lagunen. Können wir nicht rein. Aber Tattelshaus kommt mal. Unser Haus waren wir schon. Ja. Es ruinieren diese blöden Roboter heute morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad. Und jetzt tauchst du auch noch auf. Ach. Kann mein Tag noch schrecklicher werden? Es tut mir so leid, Herr Deus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel und da... Oh. Ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Das stimmt nicht wirklich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Ha. Zieh in eine andere Stadt. Ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst. Spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Taddeus eine Lampe hat. Ich wusste gar nicht, dass Taddeus eine Lampe hat. Warte mal. Das war da oben jetzt irgendwie... Das war Eis? Warte mal. Der doch... Du stehst mir im Licht. Okay. So. So. Eigentlich gar nichts. Wirklich. Gut. Ich dachte, wir wären ein bisschen wärmer gewesen. Nein. Das war nichts der Fall. Klar haben wir das Haus auch abgearbeitet. So. Mal kurz die Kontrolle wechseln. Äh, was heißt Kontrolle wechseln? Das kleine Kabel reinsetzen. So. Ja. Wir haben doch noch ein bisschen was zu tun. Das Wotches Haus müssen wir, glaube ich, am Anfang gemacht haben. Das haben wir erledigt. Das haben wir auch erledigt. Die Cool Lagunen. Das Wotches Haus haben wir gemacht. Das bin ich mir ziemlich sicher. Das war am Anfang. Hier haben wir auch alles mehr oder weniger. Gut. Dann haben wir jetzt jetzt ein Gebäude abgearbeitet. Einmal komplett. Wieviel haben wir jetzt am Fernwindern? 45. Von? Wie viel gibt's? 80? 80, glaube ich, waren's, ne? Jetzt haben wir auch nicht so viele. 25 ist gerade. Und das haben wir alles gemacht. Das haben wir alles gemacht. Sand Mountain haben wir in der letzten Aufnahmesession getan. Gut. Dann haben wir zumindest mal das Thema... Ja, ledig. Dann können wir jetzt die nächste Folge angehen. Und wir sehen uns dann wieder. Und dann geht's in Spongebob's Traum. Und dann geht's in Spongebob. 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 Vielen Dank.